Hallo, herzlich willkommen bei Püppikram in Berlin. Ich bin Silke Karmchen und die Inhaberin hier im Büdelsalon. Wir haben nun seit drei Jahren Produkte im Naturkosmetikbereich ausgetestet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es unglaublich viele tolle Marken gibt, aber für uns keine passende dabei war, die wir hier weiterhin im Salon aufnehmen werden. Deswegen darf ich heute stolz verkünden, dass wir unsere eigene Pflegelinie launchen werden. Als Büdelsalon arbeiten wir sehr viel im Hautbereich, zum Beispiel vorbereitend bei einem Make-up oder eben wenn es um das Thema Hautanalyse geht, wie pflege ich meine Haut perfekt. Dadurch wissen wir, welche Ansprüche der Kunde hat und welche Ansprüche wir auch selbst haben. Deswegen werden wir unter unserer Marke Püppikram die eigene Pflegelinie lancieren. Aktuell sind wir in der Produktentwicklung mit unserem Partner, der Naturkosmetik zertifiziert ist und das erste Produkt, was ein Arganöl sein wird, wird Anfang Mai auf den Markt kommen. Das Arganöl ist für uns ein universal Hilfsmittel. Das hilft bei rissigen und kaputten Händen, wenn man Neurodermitis hat. Das ist einfach ein Produkt, mit dem wir extrem gute Erfahrungen gemacht haben. Parallel zur Lausierung des Arganöles entwickeln wir eine Rosenserie. Die Rosenserie besteht aus der heiligen Dreifaltigkeit der Pflege, das heißt die Reinigung, der Toner und die Creme. Dann werden wir ein Rosenserum entwickeln, ein Rosenöl und eine Augenpflege. Meine Oma hat mich als kleines Kind im Kinderwagen durch Blumenbete geschoben. Dabei hat sie extrem viel von Rosen gesprochen, hat die auch selbst tituliert und sich aufgetragen und heute ist sie 85 und hat kaum Verhalten. Ich bin natürlich aus historischen Gründen, wegen der Infiltrierung durch meine Oma, total von der Rosenserin überzeugt, aber auch durch die Arbeit hier im Salon. Wir arbeiten seit drei Jahren mit Rosenprodukten sehr, sehr intensiv und ich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Deswegen möchten wir einfach auch eine Rosenlinie haben, die zu 100 Prozent unseren Erwartungen entspricht, was Qualität, Textur und Design betrifft. Dass eben keine Alkohole drin sind, dass die Linie komplett vegan ist und dass wir eben auch bis zum Rosenanbaugebiet dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht, die für uns arbeiten und mit uns arbeiten. Wenn ihr stets auf dem aktuellen Stand sein möchtet und wissen möchtet, welche Produkte gerade in der Entwicklung sind und welche bereits lanciert sind, dann tragt euch gerne in den Newsletter ein. Freut euch, es wird ganz toll.